Die Tanzschule Ladrach wurde 1966 von Armin Ladrach gegründet. Vor der Gründung war Armin Ladrach erfolgreicher Turniertänzer. Gleich von Anfang an gehörte die Tanzschule Ladrach zu den führenden Tanzschulen in Zürich. Bis heute haben über 500.000 Personen in der Tanzschule Ladrach tanzen gelernt und alle sind begeistert. Die Tanzschule ist im modernen Clubstil angerichtet. Der gefederte Parkettboden erleichtert das Tanzen und die Bar ist Treffpunkt nach dem Tanzkurs. Die gute Lage im Zentrum von Zürich-Örlikon mit eigenem Parkhaus macht die Anreise einfach und bequem. In unserem Videoclip präsentieren wir Ihnen die Tänze Cha-Cha, Jive und Disco-Box. Diese gehören zu den beliebtesten Paartänzen. Genießen Sie jetzt unsere Tanzpräsentation mit der Profitänzerin Barbara Röker aus Zürich und dem Profitänzer Marcel Schneider aus Horb, Luzern, im Cha-Cha und Jive. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Disco-Box ist ein leichter Universal-Tanz und allgemein der beliebteste Paartanz. Daniel und Barbara zeigen, wie es geht. Diesen Tanzstil sollten Sie unbedingt kennenlernen. Sie werden begeistert sein. Wir freuen uns, wenn wir Sie beim Tanzen lernen betreuen dürfen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017